In diesem Video geht es um ein Würfelspiel, also ein Glücksspiel. Man zahlt einen kleinen Einsatz und bekommt bei bestimmten Kombinationen Geld ausbezahlt. Und bei diesem Spiel ist das so, dass man mit zwei Würfeln würfelt und man bezahlt 1 Euro Einsatz. Und im Gegensatz zu den meisten Spielen, wo die 6 gewinnt, gewinnt hier die 5. Wenn man eine 5 würfelt, bekommt man 1 Euro. Wenn man zwei Fünfen, also einen Fünfer-Pasch, so wie es hier abgebildet ist, würfelt, bekommt man 10 Euro. Und berechnen soll man den Erwartungswert. Ich hätte vielleicht schreiben sollen, berechnen den Erwartungswert für den Gewinn. Also mit wie viel Gewinn ist zu rechnen. Gewinn heißt immer Gewinnauszahlung minus den Einsatz. Also mit wie viel Gewinn ist statistisch zu rechnen. Und wir machen mal eine kleine Tabelle. So könnte diese Tabelle aussehen. Hier oben haben wir die Anzahl der Fünfen. Also natürlich können wir keine einzige 5 haben. 0 Fünfen. Wir können eine 5 haben und wir können 2 Fünfen haben. Wir wissen auch, welcher Gewinn jeweils wartet. Bei 0 Fünfen ist der Einsatz verloren. Also ist der Gewinn minus 1. Bei einer 5 bekommt man 1 Euro. Man hat allerdings 1 Euro bezahlt. Also ist der Gewinn 0. Bei 2 Fünfen, man kriegt 10 Euro, hat 1 bezahlt. Also 9 Euro. So, wir fangen erstmal an mit der Wahrscheinlichkeit für 2 Fünfen. Wahrscheinlichkeit 2 mal 5. Ist gleich. Der Würfel hat 6 Seiten. Um mit dem ersten Würfel eine 5 zu würfeln, haben wir eine Chance von 1 Sechstel. Beim zweiten Würfel genauso. Auch 1 Sechstel. Also rechnen wir 1 Sechstel mal 1 Sechstel. Und das ist gleich 1 Sechstendreißigstel. Also 1 Sechstendreißigstel ist die Wahrscheinlichkeit für 2 Fünfen. Als nächstes die Wahrscheinlichkeit für 0 Fünfen. 0 mal 5. Die Wahrscheinlichkeit mit dem ersten Würfel keine 5 zu würfeln, ist 5 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit für die 5 ist 1 Sechstel. Bleiben noch 5 Sechstel übrig. Beim zweiten Würfel genau das gleiche. Auch 5 Sechstel. Also 5 Sechstel mal 5 Sechstel. Und das ist gleich. 5 mal 5 ist 25. Und 6 mal 6, 36. Also 25 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit für eine 5 ist eigentlich irrelevant für den Erwartungswert. Wir rechnen jeweils die Wahrscheinlichkeit mal den Gewinn. Also diese Zahl mal diese Zahl plus diese Zahl mal diese Zahl. Und wenn da 0 steht, mal 0 heißt, da kommt 0 raus. Also brauchen wir diese Zahl eigentlich nicht. Ich schreibe sie trotzdem dazu. Ich mag das nicht, wenn die Tabelle so eine Lücke aufweist. Also die Wahrscheinlichkeit für 1 mal 5. Angenommen, der erste Würfel ist eine 5 und der zweite ist keine 5. Dann wäre das 1 Sechstel mal 5 Sechstel. Und diesen Pfad im Baumdiagramm gibt es natürlich zweimal. Kann genau umgekehrt sein. Also würden wir sagen, das mal 2. Und das wäre 10 Sechstel oder 5 Achtzehntel. So und wir haben alle Wahrscheinlichkeiten. Jetzt der Erwartungswert. E von x ist gleich 25 Sechstel mal minus 1. Dann plus, das brauchen wir nicht aufschreiben. 5 Achtzehntel mal 0. Dann kommt plus 1 Sechstel mal 9. Und das Ergebnis ist gleich minus 4 Neuntel. E von x ist gleich minus 4 Neuntel. Also circa 44 Cent. Das ist der Verlust, den man macht. Also wenn man dieses Spiel immer und immer wieder spielen würde, dann wäre das rein rechnerisch der durchschnittliche Verlust, den man bei diesem Spiel macht. Die Aufgabe B. Wie muss der Gewinn bei 2 Fünfen geändert werden, damit das Spiel fair ist? Also wir schreiben mal statt der 9 irgendein Buchstaben. Zum Beispiel A. A wie Auszahlung. Wir müssen aber auch noch den Einsatz mit einberechnen. Also sagen wir A minus 1. Jetzt rechnen wir das Ganze nochmal. Also 25 Sechstel mal minus 1 plus die mittlere Spalte können wir wieder ignorieren. Mal 0 wird immer 0 rauskommen. Und dann 1 Sechstendreißigstel mal A minus 1. Und jetzt sagen wir ist gleich 0. Wir wollen, dass das Spiel fair ist. Fair bedeutet, dass weder ein Verlust noch ein Gewinn zu erwarten ist. Rein rechnerisch. Ich rechne das mal aus. Minus 25 Sechstendreißigstel plus 1 Sechstendreißigstel A minus 1 Sechstendreißigstel ist gleich 0. So minus 25 Sechstendreißigstel und minus 1 Sechstendreißigstel macht minus 26 Sechstendreißigstel. Die bringe ich dann auf die andere Seite. Und dann bleibt stehen 1 Sechstendreißigstel A ist gleich 26 Sechstendreißigstel. Das dann geteilt durch 1 Sechstendreißigstel oder mal 36. Und dann ist der Gewinn A gleich 26. Also statt 10 Euro müsste man 26 Euro bekommen, dass dieses Spiel fair ist. Das war's.